Ich versteh nicht, warum ich auf diesem Hände bin Missfit wie Vader, Sim, Skywalker wie Anakin Ey, ich gehör, ey, ich gehör hier doch hier nicht hin Viel zu fly, es gibt wenige, die mir eh nicht sind Ich fühl mich nicht wohl hier, denn ich bin anders Konnichiwa, und da sind wir wieder bei Kiroれ, Talsu ist groß Bei Talsu ist groß, nimmt alles richtig auf Ich muss gerade mal kurz gucken Und das Haus müssen wir auch zeigen, ne? Ja, wir haben einige Sachen zu zeigen Jetzt erstmal, bevor wir dann auch noch schlachten gehen Sieht ganz gut aus Ich hoffe, das klappt jetzt einfach Ich habe euch nichts geändert Müsste hoffentlich klappen ja erstmal hier das haus in der fertiggestellten gestalt richtig schön von außen musste zeigen da ist ja auch viel passiert ja das auch viel passiert hier kennt man den gang wie was auch schon hört hier haben wir das starbett aufgebaut und die guckt man in den sicheren tod normalerweise und wenn ihn kann sich ja mal kurz reinlegen und dann liefen und siehst du das ist wirklich toll es wird eh wieder tag bis wir die mob schlacht nacht machen ja gut dann bin ich eben dann geht es auf jeden fall nacht ja ja da wird auf jeden fall nacht und man schläft doch schön und ich bin asna dann bin ich das ist super und ja hier kann man runtergehen und das ist sehr schüchtern die muss uns eigentlich angucken die die wird gerade nein wir haben wir mit 9001 hp und kleinen tippen vor allem ist augenberg darauf gerechnet auf jeden fall stopp ich will daran so gut da hat es jeder gesehen ich muss davon was hat jeder gesehen die oberweite von nico jazawa die ist toll die landet jetzt im internet ja das ist toll nein nein stopp nicht hoch nein du musst doch erstmal das lagersystem zeigen stimmt ach alter weg mit dir so hier haben wir unser lager ja krass und das ist jetzt viel besser als da oben hässlich und so weiter und hier kann man halt das ding der rein darf und den block drehen dann in der mitte ja der ist auch richtig toll und da geht der dekoration pillar von mapletree ist auch sand nee das ist auch stein krass und hier kann man sich einfach hoch beamen lassen wie wir es geplant hatten und der märchen lassen wir nicht mehr hoch da unten liegt und ich habe ein bisschen ausprobiert ob dir auf hd skins gehen und da habe ich erst mal irgendwelche wahllosen meinen ponys skins aus dem internet geholt und alle aufgebaut denn er hat die vorhin ins lagersystem zum glück ist der hendrik so ein nerd zum glück bin ich so ein nerd und kenne die alle auswendig ist super und ich kenne keinen einzigen das ist schade ich kenne hier der piker nicht obwohl das eigentlich ja gut ist es von zwei fans eher bekannt aber das spielt sonst eigentlich gar keine rolle aber die sind alle einfalls auf ihre posten gegangen wo sie nie wieder weg kommen auf den sonderposten das wirklich ein sonderposten ich weiß nicht wo die meisten hier sind also passen doch gestorben oder wiener er hat zwei stück habe ich umgebracht ja wenn wir die auf die apple blumen gestorben ich glaube geht ne hier vorne auf jeden fall auf jeden fall ist twilight gestorben das ist klar twilight ist an die grenze in der oalt vor ist ja das ist heute twilight forest er ist da die wird hatte ich auch schon mal gemacht in alte pk ja 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 juckt mich nicht das ist also du hast altipäcke guckt mir den habe ich deswegen hast du noch nie geguckt eigentlich hier packt auf jeden fall alles rum ich glaube die werden wir auch alle früher oder später entfernen die die banken hat extra alter und ich bagge auch vorher die fälter die ganze zeit runter ja ja die waren zu zweit auf dem block ich weiß gar nicht was ob der verstehe haben das ja komisch kann sein dass einfach sterben jedoch ich glaube du hast du hast du hast twilight und rarity umgebracht mörder gut für dich schuldig ich bin asna okay wir spielen hier in sao außerdem waren die außerdem waren das sweat player die muss sich töten stimmte fans wenn sich jetzt freuen das dann wirklich wird die haben schon ganz viele auf dem gewissen hier die werden wir auch immer wieder löschen aus aber auf jeden Fall mal ein lustiger test das klappt alles gut bei der hd skins und die sounds klappen auch wie man nico 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 hören kann ne ich höre es gar nicht ich bin taub stimmt eigentlich ja die aryaris die führen trotzdem noch ein eigen leben seid ihr taub schreibt es mal in die kommentare noch mal schön in blindenschrift schreiben auf dem bildschirm richtig so wird das bestimmt passieren so ein schmarrn tür vergewaltigend ja und wir wollten heute vorwiegend dann gleich in der nacht wollen wir dann losziehen und dann machen wir auf easy blindenschrift für taube was ist denn falsch mit mir ich wollte dazu einfach gar nichts sagen difficulty easy hast du fressen schon mehr denn ne doch ich hab 16 steak wir wissen jetzt auch was sie leisten sind das eine ist ausdauern das andere ist feuchtigkeit im essen das ist so ja ja das ist der durst und dann gehen wir mal nein pinkie pie ist hier oben ja ich weiß die haben wir die vergessen die haben wir nicht vergessen die hat gebackt wir müssen basketball sammeln basketbälle müssen wir sammeln nachts das ist auch wichtig weil das sind die ender perlen hier das brauchen wir für einige sachen hier die ein weiterbringen für die crafting einheit für monja das deutsch da müssen wir nicht immer runterlatschen wenn wenn wir da ins system wollen hier ist noch rainbow dash ach so hast du das wirklich also du hast nur zwei umgebracht oder was ja jetzt nur noch eine die andere hat ja gebackt noch die andere ist das stimmt ich weiß doch nicht wie die heißt das ist einfach ein englischer name warum die überhaupt draußen ach die habe ich draußen erstellt stimmt okay dann müssen die leider schon sterben tschüss mein kleiner hat die ohren steif und da ist ein zombie alter kommt wer den was hatte ist hier hochgekommen wie das denn der spaß ist die treppe hochgelaufen sperrzombie der leckt immer oh ja jetzt wird das langsam nacht das ist wer hätte da mal rechnen können ich ja ich auch ich habe ein npc und noch aber hätte ich das mal gehört was wir so gequatscht haben in der zwischenzeit das waren so insider infos ja das kriegt man einfach nicht mehr wieder schon wir haben schon bis zur innovator quality 42 geplant ja aber aber nur heimlich was war das für geräusche was war das für ein geräusch ich habe ja fußspur gehört ganz eindeutig ist klein und unbedeutend so smack oh ja da ist ne astner wirklich ja ein enderman oh ja und hätten basketball ist ja noch einer großen basketball hat er gedroppt echt oh ja ich habe ihn oh nein da ist sie ein seine fährt sweet die ball ist hier unten was auch nein warum steht da ist das na das sind denn alle zombies jetzt asnas das packt ein bisschen bestimmen die sind alle die du musst du alle töten schießt mal klein halt die ohren steif und dann sind wirklich die idee oder geist wie blöd soul powder und na die sweet die bell ja okay die kann man nicht töten oder hinten was ist das denn naja bist du nachher das fücher alter das ist ein chefköche das ist wirklich chefköche und die heißen die heißen schuhe oder das ist komischer külper weil das wir zeug trocken hat er was sie alles für ein scheiß sport ohne davon ist davon ist ein jahre jahre külper jahre jahre külper was alter die spinne ja 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 weil hier ist eine bienenfee oder so ja ja ich bin hilfe hilfe also hilfe cheap man ja der hat die augen gegriffen wo bist du einer ist ein red player warte das bleibt einfach mächtig gehypt bleibt ja echt alter ich muss was trinken was ist das für scheißfücher der steht davon nicht denn 100 leben der nimmt kein schaden irgendwie regeneriert sich ist gestorben ist aber noch eine ne der nimmt kein schaden aber der eine ist gestorben die wolle runter ist okay wirklich die wolle muss runter sein alter vater weil es der minder leistige doch auch ziemlich schnell runter ich hoffe das stimmt man qualvoll wenn die einmal leer ist schön der elfe wo sie die total passt hier zum zu kämpfen oder von der komische mob davon das geht ja ab oder davon alter was meine ausdauer alter was geht und dann hier ist wieder dieses gas gas lag alter was ist das was ist das für piecher hier sind tausend piecher was ist das alter das ist so laut aber die gewaltig xp boah alter so huu bei der kurze kurze bedenkpause hier alter vater also ich kann nicht mehr richtig laufen jetzt wie doof gut dass ich auch gesagt habe dass wir rücksicht gebrauchen wenn wir die ganze zeit diese halbe der menschen im wegs haben so eigentlich wieder gut to go mit der schönsten nicht was dann kampfmusik machen ganz ehrlich und dann ist der reaper ja 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 die ok kino was hat das für komische texturen wieso bist du falsch rum was holy shit die spasten kommt wieder welche online wo kommen die denn her ich weiß es nicht die kommen mit dem gas oder so du bist im gas was ist das asna asna san skeletten selber hol oder hatte den richtigen rückschloss hat er holisch ah nein der hat mich richtig abgeschossen scheiß ja der so ey gib ihm die schaube die balle vom schaf oder der kühle kühle was ist das ja meine auch was ist das denn was ist das für ein fettes wie boah alter was ist das siehst du das ist das ufo schießt das ist das ufo was geht da kommt gleich den nm vorbei und singt uns was ja ich verstehe nicht warum ich hab diesen planen äh alter alter tschüss tschüss mal kleiner alter was hat er gedroppt alter was war das der hat ein healthpack gedroppt und scrap das hilft uns bestimmt das healthpack nee das war wirklich den nm ich verstehe nicht warum ich auf diesem planet bin der kam wirklich vorbei gerade alter was als scheiß okay toxic mutton alter was wir alles bekommen haben holy shit ich kenne ja alles ja nicht von wir alle ja nicht alter wir alle doch das team ganz der kennt alles ich hoffe doch dass er alles auswendig kennt äh ich verstehe nicht warum ich auf diesem planet alter da ist ein riesenfilmerfisch zwei riesenfilmerfische drei rennt alter was ist das sind die groß geworden ja wir sind groß oh oh der ho oh oh alter alter wow ich verstehe nicht warum ich auf diesem planet bin äh alter ja oh die hat hinten ja das ist so das ist ein creeper girl ist das äh na 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 oh die mag ja alle musik hier mit diesem mit dem rockigen ding das hat der grück auch meiner kampfblades gehabt das ist toll ok äh poison tumor warte das ist das ich hab oh nein ich verstehe nicht warum ich auf diesem planet bin oh nein ich muss mich ausruhen ich auch wir holen uns in der baum aus hier so ein kleines piklik päuschen äh ich verstehe nicht wir müssen uns das bett ausruhen glaub ich nee nee du kannst auch einfach stehen bleiben dann kriegst du auch ach so okay aber das ich versuche mal ein healthpack mal gucken vielleicht kriegen wir dann irgendwie die nächste für sechs jährige sektor dürfte eigentlich nicht okay der dm schießt immer noch wo ist denn der dm ist da vorne im westen oh ja der schweb der schwebt ja der schwebt scheiß der dm bio 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 das ist ein abgespackter scheiß ich weiß es nicht richtig einfach was qu directors bio 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 eh ich verstehe nicht warum ich auf diesem planet bin ich weiß den wirklich nicht alter da oben der fliegt weg der fliegt weg So abgepackter Scheiß. Die wussten wirklich nicht. So was hätte ich jetzt nicht gerechnet. Alter, was ist das denn? Ah, der Zombie. Mit dem langen Schwert. Es ist der da nicht. Natürlich wieder so ironisch für Japan, dass da Zombies kommen mit so einem riesen Bambus-Sperr. Richtig hoh, ey. Okay, langsam wird's Tag. Vielleicht finden wir ja noch ein Dead-Anim. Oh, da hinten ist ein Slime. Oh, shit. Was ist das denn? Das war ein bestimmtes UFO. Ist das Dead-Anim abgestürzt? Ja. Oh, da ist ein Slime-Default. Oh, der ist rot. Oh, Mann. Der ist rot wie meine Yeezy. Ja, okay. Rot wie meine Yeezy. Oh, Mann. Da haben wir ein paar Slime-Bälle. Da können wir auch Basketball-Bälle draus machen. Ja, ist gut. Basketball-Bälle? Basketball-Bälle, ne? Oder? Ja. Basketball-Bälle wären ein bisschen viel. Lava-Wasserfall, ne? Ja. Ungefähr so. Oh, ich wollte die Flirma ausgreifen. Die ist aber lieb. Okay, ja, das war eine erfolgreiche Nacht. Alter Vater, ja. Ja. Wunderbar. Okay, da können wir jetzt mal wieder die Ideen... Ja, Henrik und ich hatten viel Spaß in dieser Nacht, ne? Ja, echt. Für ganz viele Interpretäten. Jetzt können wir langsam wieder zurückgehen. Alter Vater. So, Fanfiction. So. Alter, nee. Ja, bitte. Schreibt mal eine Fanfiction. Über mich wird er schon... Oh, dann. Wie doof. Was? Über mich wird er schon in Wikipedia-Artikel geschrieben. Auch wenn der nicht veröffentlicht wurde letztendlich. Oder was sollst du? Ja, ja. Weil der zu scheiße geschrieben wurde. Das ist traurig. Das sollte der nackt selber machen. Der hat auch den Nekopara-Artikel gemacht. Nekopara. Hey, Gäste. Oh, Mann, ey. Richtig dämlich. Alter, jetzt können wir gar nicht pennen, ne? Jetzt können wir uns gar nicht ausruhen. Nee. Das ist... Oh, nein. Da ist Twilight Sparkle. Ach, die sind doch nicht gestorben. Nee, nee. Hab ich doch gesagt. Die sind da unten. Ja, aber ich dachte, ein paar wären gestorben. Nee, nee. Wie doof. Wir haben doch genug Leben. Okay, die müssen wir eigentlich alle mal löschen. Ich finde die einfach nicht mehr. Tagsüber. Oh. Ist das ein Yadiyaddy? Ja, da fällt ein Yadiyaddy immer runter. Der backt auch. Oh, nein. Also, die haben ein schweres Leben da auf unserem Planeten. Oh, Mann, ey, Alter. Das war... Das war... Eine... Eine Nacht, ey. Holy shit. Alter, das ist so ein 8-Bit-Herz-Wuban-Sound. Ich glaube schon. Ja, ja. Richtig hol. Richtig, Lul. Okay, Essen gibt auch wieder Stamina. I got Stamina. Ja. Okay, der Weg ist... Der ist echt... Beschwerlich, ja? Ja, das auch. Beschwerlich und ehrlich. Ich wollte dir heute was nicht sagen. Ich freue mich ja so schrecklich. Wolltest du das nicht sagen? Was ist denn falsch mit dir? Das ist so ein bisschen ausgelotzt. Alter. Alter, okay. Oh, nein. Guck mal. Warte. Alter. Ich komme nicht hoch. Wo bist du? Ich komme hier nicht hoch. Okay, man darf hier nicht springen dabei. Alter. Was passiert? Hier. Hier im Fenster. Warte. Bist du? Bist du schon drin oder was? Nee. Hä? Wo bist du? Oben. Oben oder unten? Ja, oben. Ich gucke gerade ins Fenster rein. Aber bei dem kleinen Feld bin ich. Nein, du sollst da gucken, wo das Starbett ist. Ach so. Dann mache ich das mal. Oh, nein. Warum? Wie? Wie? Was? Was? Warum? Wie? Was soll das denn? Wie? Was soll das denn? Du bist... Ich bin... Nein, ich bin noch nicht drin. Ich war hier noch nicht. Ich war die ganze Zeit da unten. Ich war noch nicht drin. Ich war draußen, wirklich. Wenn ich jetzt einen Apfel esse, bringt das dann auch Wasser? Ja, tatsächlich. Lustig. Ja, nur lustig. Da haben sie das eingebaut. Ja. Naja, das war ja eine interessante Höhlentour. Äh, der Höhlentour. Höhlentour. Oh, Spasti, Alter. Das war echt eine interessante Höhlentour. Das war echt eine gute Höhlentour. Da wird sich noch in 1000 Jahren von erzählen. Und bei der nächsten Staffel 2-Folge sieht man sich dann wieder. So ein Bullshit. Tschüssi, Kopsi. Ja, okay, das war echt eine spannende Höhlentour. Ich wusste die ganze... Wow, du kriegst Alzheimer. Ich krieg echt Alzheimer. Ich mach zu lange Let's Plays, glaube ich. Geil. Ich hab... Zu viele Standardfloskern habe ich mir, glaube ich, über die Jahre angewöhnt. Das war echt eine schöne Höhlentour. Das war echt super Höhlentour. Das sagt es aber jeder Höhlentour, weil einfach jede schön ist es. Die ist ja auch schön, sehr klar. Aber kein Besonderes, ja. Auch wenn es ein scheiß Höhlentour war, ja, war das eine schöne Höhlentour. Auch wenn es so fünf Minuten war, dass es so eine kleine Feshöhle war, wo man in zwei Sekunden fertig ist. Das war eine schöne Höhlentour. Oder irgendwie so ein Clay-Arts oder so. Oh, sehr nett. Ich weiß auch nicht, wie auf sowas kommt. Aber komplett abgeholt, die ganze Begriffe. Wie auf sowas kommt, ey, Alter. Sakura-Sappling. Oh, Sakura-Sappling. Die pflanzen wir mal. Aber wir haben eine lustige Höhlentour auf jeden Fall. Das war wirklich eine lustige Höhlentour. Ich glaube, ich hab einfach... Oh, mach mal keiner so umschalten, wie das sich dreht. Echt? Lustig. Oh, lol. Das ist so, oder? Ja. Oder ist das... Siehst du das jetzt, dass ich es umstelle? Nee, sehe ich nicht. Okay, so ist das gut. Ja, dieses seitwärts, ja. Es kann auch einfach sein, dass ich heute den ganzen Tag CSGO gespielt habe und wir jetzt mehrere Folgen hintereinander am Stück aufnehmen. Ja, das ist toll. Da ist man mit seinem Wortschatz... Aber spielst du auf CSGO, sei schuld. Ist man mit seinem Wortschatz dann doch am Ende des Tages so ein bisschen am Ende. Naja, okay. Das wär's dann auch gewesen hier für diese Folge. Und ich werde dann noch alle Harriketzenmacher hier löschen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Höhlentour wieder in Staffel 2. Gib mir mal das Ding, wie... Ach, das ist... Ja, das ist schon da. Das ist schon im Hopper. Fandst du das auch eine schöne Höhlentour? Ja, ich fand's eine richtig gute Höhlentour. Die war richtig gut, war sie. Ich habe mir direkt in der nächsten Folge berichtet, dass wir so eine schöne Höhlentour gemacht haben. Jetzt reicht's aber. Naja, egal. Was soll's. Auf jeden Fall sehen wir uns dann nächstes Mal in Neujahrfrische wieder. Wenn wir dann auch wieder... In Neujahrfrische? So später kommt die nicht. In Neujahrfrische sieht man sich dann wieder. In Neujahrfrische. Jetzt reicht's. Scheiß Verdi, ey. Scheiß Verdi. Scheiß Verdi. Jetzt macht der Nice-Webber-Cola. Da haben wir auch wieder einen ausgeprägteren Wortschatz, nehme ich mal stark an. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir wieder so ein Tum machen. Wenn die wieder so aussieht und wir tolle Höhlentour machen. Bis dann. Und tschüss. Sikapskis. Sayonara. Scheiß. Puh. 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 Auf Wiedersehen.